Markus, hast du denn schon mal außerhalb der Polizei mit dem Gesetz zu tun gehabt? In meiner Jugend jeden Tag. Wirklich? Nein. Machst du so einen Gesetzesbrecher? Um Gottes Willen. Ich habe jeden Tag auf dem Polizeiabschnitt verbracht, weil mein zweites Zuhause war. Um alle zu gucken, Präsenz zu zeigen. Ja, natürlich. Das war ja schon immer so, dass ich mir dachte, ja, zur Polizei früh Präsenz sein will ich schon mal früh anmelden. Nein, das einzige Mal habe ich ein Praktikum bei der Polizei gemacht, das war ja auch alles bekanntlich. Hast du wirklich mal ein Praktikum bei der Polizei gemacht? Was man gemacht als Schüler? Ja. Und es war nicht abschreckend? Nee. Ladies and Gentlemen. Da kam unser Debüt. Ich wollte eigentlich jetzt das fragen und Markus, brauchst du schon mal einen Rechtsanwalt? Nein, habe ich noch nicht gebraucht. Aber wenn du jetzt einen bräuchtest, beziehungsweise eine Rechtsanwältin brauchen würdest, wovon wir natürlich nicht ausgehen. Natürlich nicht, aber dann wüsste ich wen. Wir begrüßen heute unseren Gast Nicole Bede. Hallo Nicole. Hallo ihr Lieben. Nicole, magst du dich mal vorstellen? Das hast du ja gerade schon gemacht. Ich heiße Nicole Bede, ich bin Anwältin, ausschließlich auf dem Bereich des Strafrechts tätig. Mittlerweile so lange, dass ich die Zahlen nicht sagen werde. Oh, das heißt Markus, wir müssen richtig aufpassen, weil wir mit unserem gefährlichen Halbwissen in Strafrecht, dass wir noch zwei Semester aneignen, nee, wir sind ganz fit in Strafrecht. Ja, dann seid ihr besser als die meisten in eurem Haus. Ich liebe die Folge jetzt schon. Nein, aber ich muss sagen, so Strafrecht, das war so eine Materie, wo ich so hingeworfen wurde. Ich dachte mir noch so am Anfang, so in meiner Aufnahme, da hieß es so von wegen, ja, sie werden ja sich auch mit Recht beschäftigen. Was sind denn so Fächer? Und ich habe gesagt, ja, Strafrecht und was gibt es noch? Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, irgendwas anderes würde es schon noch geben. Und so, ich war ja so richtig fit im Rechtsgebiet. Und ja, als dann Strafrecht kam, naja, da war ich am Ende froh, dass da ein grüner Haken hinter war. Und dann, ähm... Tell me more, Markus, bei mir war ein rotes F hinter Strafrecht. Das hatte aber nicht nur Gründe, weil meine Leistungen jetzt irgendwie so grottenschlecht waren. Es lag vielleicht auch an anderen Personen. Aber gut, das ist dann hier VSNFD. Aber im zweiten Versuch hat es dann glimpflich geklappt. Und Nicole, du sagst, dein Schwerpunkt ist Strafrecht, ja? Wie hast du denn mit uns regelmäßig, also jetzt nicht mit Markus und mir, sondern mit der Behörde, hast du überhaupt regelmäßig mit der Behörde zu tun? Na klar, ja, mehr oder weniger fast tagtäglich. Polizei ist ja immer involviert in Strafverfahren. Meistens in der Akte erst, so an sich nur ab und an, halt in OK-Fällen oder wenn du mal ein Tötungsdelikt hast und bei Vernehmungen dabei bist, also alles, wo Anwälte dabei sein müssen und die Polizei sich auch dran hält, in Anführungsstrichen. Dann hast du damit zu tun und dann spätestens vor Gericht, wenn du dann nochmal die Polizeiherzzeugen vernehmen darfst. Und darfst du, was ist so, jetzt sagst du, du bist im Strafrecht hauptsächlich unterwegs, wir möchten hier gar kein Name-Dropping machen oder sowas, aber hast du im Strafrecht nochmal einen Schwerpunkt? Hast du ein bestimmtes Klientel, das du vertrittst oder hast du durch die Bank weg alles durch? Eigentlich mache ich schon durch die Bank alles durch, aber du hast halt hauptsächlich, würde ich sagen, Drogendelikte, Sexualdelikte und tatsächlich mache ich auch viel Mord und Totschlag. Ah, wirklich, ja? Das heißt, im LKA 1, da wo ich jetzt zuletzt war, da hätte es mir durchaus mal über den Weg laufen können tatsächlich, oder? Das hätte passieren können, ja. Also parallel im Moment habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Verfahren vom LKA 1, wenn nicht noch mehr. Das LKA 1 für unsere ZuhörerInnen ist das LKA, das sich den Delikten an den Menschen gewidmet hat. Wer gut aufgepasst hat und ein aufmerksamer Hörer oder Hörerin ist, der weiß das aus unserer Folge, die wir mit der Mordkommission schon aufgenommen haben. Wenn du sagst, du hast jetzt gerade in dem Bereich so sechs Fälle. Wir hören immer nur so, Staatsanwaltschaft hat sehr, sehr viele Aktenberge oder irgendwas. Mit wie vielen Fällen beschäftigst du dich eigentlich insgesamt? Das kann ich schwer sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe gerade zehn oder hundert laufende Verfahren. Das sammelt sich ja immer so ein bisschen. Du fängst an, es gibt Verfahren, die laufen schon seit, ich habe gerade angefragt, in Potsdam, was mit einem Verfahren aus 2019 ist. Da wird gerade noch ermittelt. Dann gibt es Verfahren, die sind relativ schnell beendet. Also ich würde sagen, im Moment geschätzt 200. Du hast 200 laufende Verfahren? Ungefähr. Ist das, ich habe keine Ahnung. Ich bin natürlich keine Rechtsanwältin. Dafür hat es wirklich gar nicht gereicht. Aber das klingt für mich ultra viel jetzt gerade. Ist es doch auch, oder? Das ist ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, weil wir uns selten darüber unterhalten, wie viele offene laufende Verfahren hat. Vielleicht stimmt es auch gar nicht und ich habe mich jetzt echt in der Zahl geirrt. Aber wenn ich mir überlege, ja, es ist nicht wenig, aber ich würde sagen, es gibt bestimmt noch Kollegen, die noch mehr machen. Also ich kenne da so ein paar, die ertrinken, glaube ich, gerade in den Verfahren. Und war das ein Gebiet, wo du immer von Anfang an gesagt hast, Jurastudium, Strafrecht, da will ich dann hin? Nope. Nee, also ehrlich gesagt hatte ich überhaupt keinen Plan, was ich mal werden will und habe dann nach dem Abi überlegt, was ich machen soll. Eigentlich wollte ich Gerichtsmedizinerin werden. Mein Abi reichte aber leider nicht für den Numerus Clausus damals in Medizin. Und dann hatte ich überlegt, BWL, das wollte ich dann auch nicht machen, weil Mathe nicht so mein Steckenpferd ist. Und dann habe ich gedacht, komm, studiere Jura, damit kannst du alles machen. Und das Letzte, was ich werden wollte, war Anwältin. Und ich wollte auch garantiert kein Strafrecht machen, weil das im Studium wirklich eines der schlimmsten Fächer ist, weil es so vielschichtig ist. Und du so unglaublich viel schreiben musst, dass du auch in den Klausuren weder im ersten noch im zweiten Staatsexamen überhaupt fertig wirst. Ich höre ja immer unsere Referendare, die sind wirklich völlig verzweifelt, wie viel Thema, wie viele Seiten und sowas im Strafrecht geschrieben werden müssen. Also da hast du schon einen Sachverhalt von 28 Seiten, den musst du dann lesen, um dann in drei Stunden das Ganze fertig zu kriegen. Das ist wirklich schwer. Das ist so geil, weil wenn ich an unsere Strafrechtsklausuren denke, anderthalb Seiten und A haut B meistens einfach irgendwie auf den Kopf und dann nimmt er noch irgendwas weg. Und dann muss man gucken, ob das ein Diebschall oder ein Betrug war. Irgendwas muss man immer voneinander abgrenzen, aus dem allgemeinen Teil einen Versuch vielleicht noch reinkloppen oder dann straffreier Rücktritt und sowas. Und wenn du jetzt sagst, 28 Fälle, drei Stunden Zeit, wir haben 28 Seiten. Also du hast dann wirklich, du hast halt eine Strafanzeige zum Beispiel, dann hast du eine Durchsuchung, dann hast du keinen Durchsuchungsbeschluss, sondern nur ein Telefonat mit dem Fördner im Gericht oder was auch immer. Und dann musst du halt gucken, was gibt es da alles drin. Wie lange geht diese Prüfung? Fünf Stunden. Also wir haben schon vier Stunden und sind schon am Limit. Vier Stunden für eine Seite oder anderthalb Seiten Hall. Und ich weiß noch, wie ich dachte, mir fällt gleich die Hand ab beim Schreiben. Das hat sich mal für die Toilette gereinigt. Ich dachte mir, das ist keine Zeit eigentlich für irgendwas. Also dieses Studium ist sowieso so ein bisschen überdenkenswert, finde ich, weil du viel zu viel Dinge machst, die du in deiner Praxis überhaupt nicht gebrauchen kannst. Und im Strafrecht ist es halt einfach viel zu viel zu schreiben. Meine Schwester studiert gerade Jura im zweiten Semester und ist erfolgreich durch manche Prüfungen durch, manche nicht so. Willkommen im Club. Ja, aber sie wuselt sich da auch gerade durch und sie sagt auch, es ist viel. Jetzt schon. Ich glaube, sie hat nicht mal das erste Semester abgeschlossen und ist jetzt schon, dass sie so sagt, so hui, hui, hui. Mein Vater, der denkt sich auch, was habe ich denn da für Töchter in die Welt gesetzt? Die eine wird Polizistin, die andere wird, ja, was sie auch mal werden möchte dann mit dem Jura-Studium. Das weiß sie nämlich auch noch nicht so genau. Wolltest du was sagen? Ich bin dir mal wieder unfreundlicherweise ins Wort gefallen. Ja, das ist nicht schlimm, aber wir hatten ja einmal so bei uns im Studium, dass gesagt wird, alles was Jura betrifft, diese ganzen großen drei Prüfungen, die wir da haben, das sind so ja unsere Horrorsemester gewesen. Das sind Strafrecht, Strafprozessordnung oder Strafprozessrecht und Polizei und Ordnungsrecht, Endgegner Polizei und Ordnungsrecht. Leute, ich sage euch eins, egal ob neue Studienordnung oder nicht, setzt euch rechtzeitig hin und macht das. Seid nicht so geisteskrank wie ich. Es sagt jeder zu Anfang und man denkt ja immer nur, ja, die paar Definitionen, klar. Und wenn du nachher so die stapelweise Lernkarten nennen hast, was du da irgendwie wissen sollst, das ist utopisch, da will ich gar nicht wissen, was ihr bücherweise da. Das ist total utopisch und wir haben ja auch so viele Gesetze und so viel Verordnungen und Beiwerk und, ach, egal. Hauptsache durch, wenn du dann fertig bist, kannst du damit auch nichts mehr anfangen, deshalb ist es am Ende auch egal. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, du sitzt ja doch jetzt nicht, wenn du jetzt auch jemanden vertrittst und definierst die ganze Zeit im Kopf, oder? Natürlich nicht. Und wenn du jetzt fertig bist, du hast ja mit dem zweiten Staatsexamen die sogenannte Befähigung zum Richteramt. Das heißt aber noch lange nicht, dass du dich morgen hinsetzt und sagen kannst, okay, ich bin Richter, ich weiß, was ich mache. Weil kein Mensch bringt dir zum Beispiel, weil er so einen Richter im Dezernat machen muss. Was macht er denn, wenn so eine Akt auf den Tisch kriegt? Oder als Anwalt, was mache ich jetzt? Ich kriege einen Fall, da kommt ein Mandant und sagt, hallo, ich habe, keine Ahnung, gestern drei Kilo Kokain von A nach B getragen und die Polizei hat mich aufgehalten. Was mache ich denn jetzt? Und dann sitzt man als Student oder als junger Anwalt, Student natürlich nicht, da und denkt sich, ja, schön. Und nun? Hat sie es gelohnt? Ja. Was mache ich denn jetzt? Das lernt man im Studium nicht. Das lernst du auch nicht im Referendariat. Also je nachdem, wo du bist, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, sollte man Strafverteidigung machen wollen, macht es Sinn, ein Referendariat beim Strafverteidiger zu machen. Aber das ist so wie, wenn du fertig bist und gehst zur Polizei und wirst dann da Direktor. Na, dann sagen alle Polizisten, was will der Klopskopf da mit seinem Jurastudium? Was will der uns erzählen? Naja, das ist so. Ich finde es großartig. Ne, ja, das stammt mir schon vor lauter Aufregung. Das sagen wir ja auch immer. Ich habe ja mein Feedback-Gespräch jetzt auch vor kurzem gehabt für mein zweites Praktikum im LK1. Und dann hieß es auch so, alles, was du jetzt in diesen sechs Wochen gelernt hast, das vergisst du jetzt in dem nächsten halben Jahr. Im besten Fall bleibt ein bisschen was hängen. Und im besten Fall ist es so, dass wenn du jetzt quasi dann rauskommst nächstes Jahr, dass du dich daran erinnerst, ach, das habe ich schon mal gemacht. Und jetzt da nicht ganz unbefleckt sitzt, sondern die richtige Ausbildungszeit geht los, wenn du, also bei uns heißt es, dann aktiv in den Dienst gehst. Und im besten Fall bist du dann auch bereit, irgendwie Lernstoff aufzunehmen und denkst auch nicht, dass du King of Kotelett bist und dass du alles schon kannst, sondern sagst, okay, ich bin jetzt hier immer noch ganz klein und fange an, das alles jetzt irgendwie zu lernen. Ja, das sagst du ja immer. Also ich meine, ich mache den Job jetzt wirklich lange und du hast immer mal Akten oder Sachen, wo du denkst, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Oder das ist mir noch nie vorgekommen. Dann gehst du auch zum Kollegen und sagst, pass auf, ich habe ja den und den Fall, was würdest du jetzt machen? Du kannst nicht alles wissen. Das geht gar nicht. Die einen machen es eben besser oder die anderen sind besser vernetzt und die anderen machen es dann nicht oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist in jedem Job so. Würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich die SEPU auswendig kenne oder keine Fehler mache oder in jeder Akte sofort weiß, was ich zu tun und zu lassen habe? Bist du eher, also ich weiß es nicht, ich habe es jetzt immer nur zwischendurch auch mitbekommen in den Praktika, dass natürlich irgendwie, wenn ich einen Beschuldigten oder eine Beschuldigte vorgeladen habe, dass es dann hieß, nee, da kommt jetzt, ich brauche einen Pflichtverteidiger oder sowas. Du bist wahrscheinlich, wirst du auch als Pflichtverteidigerin rangezogen oder kommen die Leute aktiv auf dich zu und sagen, hier, sie kriegen jetzt mein Mandat und vertreten sie mich bitte? Na, beides. Also dieses Wort Pflichtverteidiger ist ja so ein bisschen immer negativ belastet, weil du Menschen hast, die Fernsehen gucken, amerikanisches Recht sehen und sagen, ah, ein Pflichtverteidiger. Ein Pflichtverteidiger hat keine Ahnung und macht nur, was man von ihm erwartet. So ist es ja in Deutschland nicht. Du hast halt im Gesetz, ah, 140 SEPU steht halt, wann ein Anwalt gebraucht wird. Also zum Beispiel, wenn Verbrechensvorwürfe da sind für die, die keine Ahnung haben, was der Unterschied ist. Verbrechen ist halt das, was das Gesetz mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bedroht. Alles andere sind Vergehen. Oder wenn es beim Chefengericht hängt oder beim Landgericht, dann muss halt ein Anwalt dabei sein. Wenn du keinen hast, dann ordnet das Gericht eben einen bei und es sind dann natürlich, das hängt dann von den Richtern ab. Es gibt Richter, die ordnen Anwälte bei, die sogenannte, wir sagen immer so ein bisschen, Exekutionsbegleitung sind. Also die praktisch den Mandanten dazu bringen, zu gestehen, damit es bloß schnell geht und der Richter sie wieder beiordnet. Und dann gibt es Anwälte, die dann auch genauso arbeiten, als hättest du ihnen 10.000 Euro auf den Tisch gelegt. Und insofern kriegen wir auch Beiordnungen, na klar. Jetzt habe ich das mal verstanden. Ich habe ja sechs Wochen da gearbeitet. Jetzt habe ich gesagt, ja, Nicole, da hätte ich mal eher mit dir gesprochen. Aber ich dachte mal, Pflichtverteidiger, wirklich, das ist jetzt so, man, das soll jetzt auch nicht doof klingen. Aber der wird dir dann irgendwie gestellt, weil du hast jetzt gerade keinen Anwalt und kannst dir eventuell auch gegebenenfalls keinen leisten. Was ja jetzt auch, ich habe mal gehört, Anwaltshonorare können auch sehr, sehr hoch sein. Definitiv. Und wenn du die Kohle nicht hast, und vor allem, wie gesagt, jetzt im LKA1, da ging es jetzt weniger um Vergehen. Da ging es halt dann auch wirklich um schwere Verbrechen. Wenn du dir das nicht leisten kannst, was machst du denn dann? Naja, normalerweise, gerade LKA1 ist ja ein gutes Beispiel. Da sind dann immer Fälle, wo ein Anwalt eigentlich schon immer im Belücksverfahren herangezogen werden muss. Da kommt dann der Beschuldigte, hat gerade, keine Ahnung, seinen Nachbarn umgebracht, soll vernommen werden. Und dann ist das LKA gehalten zu sagen, hier liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung vor, sie können sich jetzt einen Anwalt nehmen. Dann muss derjenige Zeit haben, mit dem Anwalt reden zu können. Wenn der jetzt gar keinen kennt, also nehmen wir mal an, da sitzt jetzt eine bekannte Kiezgröße, der natürlich immer mit demselben Anwalt arbeitet, dann sagt er, hier habt ihr meinen Anwalt, ruft an. So, dann hat er meistens auch die Handynummer des Anwalts, weil er ja vorher schon genug bezahlt hat. In weiser Voraussicht, nein, das ist ein Spaß, das darf er eigentlich gar nicht. Und dann kommt der Anwalt. So, wenn du jetzt aber noch nie in deinem Leben mit einem Anwalt zu tun gehabt hast, dann zeigt dir das LKA im besten Fall eine Telefonnummer von der Vereinigung Berliner Strafverteidiger. Da gibt es einen Notdienst und da ist immer jemand 24 Stunden dran, der in dieser Vereinigung Mitglied ist. Da setzt man voraus, dass der Ahnung von Strafverteidigung hat und den kannst du dann anrufen und entweder er kommt dann und verteidigt dich oder er klärt es am Telefon und sagt, bitte keine Auskunft geben. Das ist das, was wir immer gehört haben, bitte nicht sagen. Das ist eigentlich die Standardanweisung, weil alles, was du sagst, ist in der Akte und ich habe die vernehmenden Polizeibeamten als Zeugen nachher. Und dann habe ich es natürlich viel, viel schwerer, sowas wieder aus der Akte, in Anführungsstrichen, zu bekommen, sodass man natürlich gerne kontrolliert wissen möchte, was zu sagen ist, indem man erst die ganze Akte kennt. Das ist natürlich dann so ein bisschen der Hintergrund. Und als Strafverteidiger, der seinen Job gut macht, sollte man eigentlich von einer Aussage abraten in dem Moment. Und wenn dann kein Anwalt gerufen wird, der wird aber vorgeführt dem Richter, dann wird spätestens der Richter jetzt einen Anwalt dazuholen. Und dann ist es auch wieder unterschiedlich, entweder der kennt einen oder du läufst dem gerade über den Flur entgegen und sagt, da haben sie gerade Zeit. Das ist so die Methode. Und dann kann man Pech haben und man kann Glück haben. Also uns wurde es ja oft auch schon eingebläht, gerade wenn Belehrung ist, das wirklich exakt vorzutragen, um halt auch irgendwie nichts zu vergessen. Das sollte man auch tun, weil spätestens da wird am Ende jeder Verteidiger sagen, das haben sie denn belehrt. Und je ausführlicher das in so einer Akte steht, umso besser natürlich. Der normale Mensch hat natürlich so ein Redebedürfnis. Und wenn die Polizei dann dasteht, dann hat man diese Autorität. Wenn da jetzt nicht gerade ein gewiefter Serienkiller sitzt, dann möchte der natürlich sich entschuldigen. Ich verstehe das aus Sicht der Polizei, ja. Ich würde das genauso machen. Aber aus unserer Sicht ist es natürlich insofern ein bisschen, ja, wie soll ich es freundlich formulieren? Das ist das Konzept des Podcastes. Nicole, mach es einfach. Also für uns ist es natürlich total unschön, weil wir dann was in der Akte haben, was wir nicht mehr wegkriegen. Punkt. Und da gibt es halt Mandanten, die sind nicht so eloquent und haben überhaupt keinen Überblick, was sie da reden. Aber das weißt du ja auch gar nicht. Also gerade so zum Beispiel, wenn du nur ein versuchtes Tötungsdelikt hast, hast du ja ganz oft Rücktritte. So ein Rücktritt ist ja gar nicht so einfach. Aber wenn der Mandant mir den Weg zum Rücktritt schon versaut, durch irgendeine nicht so schlaue Einlassung, ist es natürlich doof. 1-0 für die Polizei, Glückwunsch. Aber das ist jetzt die Frage, wie man Strafprozess definiert. Es sollte ja ein faires Verfahren sein. Aber nochmal, das ist jetzt wirklich, es ist Manöverkritik. Die machen das schon trotzdem korrekt, ja. Die belehren, das machen die immer. Dass es dann manchmal dazu kommt, dass die Mandanten reden wollen, ist dann Pech für uns. Ja, aber wie du schon mal gesagt hast. Ganz kurz, Markus, das ist alles, aber wir müssen, wir wissen jetzt, was Nicole gerade meint, wenn sie sagt, ein Rücktritt. Und bestimmt viele Crime-Podcast-HörerInnen wissen das auch. Okay, ja. Aber es gibt die Möglichkeit, also Nicole, du bist die Anwältin, mach du das mal bitte, bevor ich hier meine. Das machen wir hier. Jura-Leid und Anleitung zum Tötungsdelikt. Also liebe Zuhörer, bitte nicht nachmachen, weil der Zufall spielt leider immer so eine Rolle, den können wir hier nicht ausschalten. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt Lust, dich zu erstechen und ich steche einmal zu und du guckst mich groß an und sagst, spinnst du, was machst du da? Drehst dich um und willst telefonieren und ich denke mir, ach komm, es reicht, ein Stich reicht, die lebt ja noch, ich gehe jetzt raus. Dann ist das definitiv ein Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt, weil ich könnte ja noch zweimal zustechen, du lebst ja noch. Und ich sehe es ja auch. Das ist jetzt ein sehr plakativer Fall. So wurde mir das nie erklärt. Es wäre so viel einfacher gewesen. Man muss immer einfach plakative Fälle nehmen, die jeder versteht. Aber es gibt halt wirklich Fälle, wo es ganz schwierig ist. Also ich weiß, dass mein Kollege gerade in einem Verfahren verteidigt hat. Das waren Unterbringungsverfahren. Das sind Verfahren, wo diejenigen psychisch krank sind und in dem Fall schuldunfähig. Und die Konstellation war sehr spannend. Da gab es zwei versuchte Tötungsdelikte und angeklagt wurde ein doppelter versuchter Mord. Und am Ende war es dann doch nur eine gefährliche Körperverletzung durch einen Rücktritt, den wir eigentlich gleich in der Akte gesehen haben. Die Staatsanwaltschaft saß am Anfang anders. Aber es war halt sehr, sehr kompliziert. Ich versuche das gerade wirklich immer mitzudenken die ganze Zeit. Wir nicken jetzt, ja, ja. Ein Rücktritt bedeutet halt im besten Fall für den Beschuldigten Strafbefreiung. Genau. Im besten Fall schon. Guck mal, hat alles was gebracht. Neun Punkte im zweiten Versuch. Genau. Als habe ich nicht mal geschafft, ein Delikt rauszuführen, weil die Zeit nicht gereicht hat. Genau, aber wir machen jetzt keine Unterschiede, welcher Rücktritt von welchem Versuch. Aber das Strafrecht allgemeiner Teil, das brauchen wir jetzt nicht. Ne, das brauchen wir wirklich gar nicht. Aber wo ich gerade mal hinwollte, du hast vorhin ja gemeint, Crime-Serien, jeder weiß das. Und es ist ja immer noch so ein bisschen im Raum. Einspruch, euer Ehren. Ja. Das steht so ein bisschen im Raum. Nein, aber wenn ich mich weigere, in dem Moment erstmal eine Aussage zu tätigen, und dann hat es ja immer so ein bisschen wie irgendein Schuldverhalten. Wenn ich jetzt sage, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Das steht ja dann immer so im Raum. So wird es vermittelt in Anführungsstrichen, aber so ist es ja gar nicht. Du hast das Recht, dich nicht zu äußern, und das kann überhaupt nicht gegen dich gewertet werden. Ja, gar nicht. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein Nullum. Du hast nichts gesagt. Aber natürlich hat man immer so dieses Rechtfertigungsempfinden. Das hat man ja immer. Ja, wenn man so einem Kind sagt, hast du die Kekse gegessen? Das ist ja auch nicht so, ich sage nichts. Ja, dann sagt er so, nee, Mama, das war der oder der oder keine Ahnung. Das ist ja rein menschlich. Aber dieses Recht, nichts zu sagen, ist ein wirklich elementares Recht unseres Strafverfahrens. Und das ist gut. Das ist nicht negativ. Und als anständiger Anwalt drehst du ja nachher auch nicht den Sachverhalt oder du erfindest irgendwas. Du versuchst ja nur nach Aktenlage das Bestmögliche rauszuholen. Aber wenn die Aktenlage schon gefüllt wird mit Dingen, die eigentlich nicht rein müssen, ohne dass sie dir schaden, also beziehungsweise schaden können, dann denke ich mir, dann lass es doch weg, Mann. Dann hast du praktisch nachher bessere Möglichkeiten, verteidigt zu werden. Wenn ich mal irgendwann eine Anwältin brauche, wenn ich mal irgendwann eine Anwältin brauche, Nicole, ich komme auf jeden Fall auf dich zu. Kannst du immer. Das ist wahr, herrlich. Wir reden jetzt hier so und ich finde, wenn man so das hört, dann in unserer romantisierten Sicht denkt man sich so, ja, du bist bei Geschädigten, du verteidigst Geschädigte und willst das Bestmögliche für die rausholen und dass die Beschuldigten auch wirklich dann verurteilt werden. Du hast auch viel mit Beschuldigten zu tun, oder? Na, ich habe hauptsächlich mit Beschuldigten zu tun, natürlich. Ich vertrete auch Geschädigte, ja, ich mache auch Opfervertretung. Es gibt Kollegen, die machen das nicht, die sagen, nee, nur Beschuldigte, das sehe ich nicht so, weil ich finde, du bist Organ der Rechtspflege und du machst ja Strafverfahren. Also ein Opfer hat genauso ein Recht, das steht in der SCPO und ich wüsste jetzt nicht, wo da das Problem ist, ein Opfer zu vertreten. Weil ich finde, wenn du Beschuldigte vertrittst, siehst du das auch nochmal objektiver. Ja, weil du hast ja immer so ein bisschen, wenn du Opfer vertrittst, kommst du in diese Problematik, dass du viel emotionaler noch in dieses Ding reingezogen wirst und es nicht mehr ganz so sachlich siehst. Und ich denke, wenn du das aber professionell machst und auch Beschuldigte vertrittst, dann siehst du das nochmal anders. Ja, weil es gibt Opfer, da sagst du, buh, und deren Leben ist zerstört. Ja, und dann gibt es Opfer, wie ein Mandant von mir, dem ist wirklich fast der Schädel eingeschlagen worden und der hat in der Opferhandlung zum Täter gesagt, Bruder, ich verzeih dir und ich wünsche dir alles Gute im Leben und Mensch, wir wären bestimmt Freunde geworden. Ja, also wirklich ganz groß. Wo auch die Verteidigung gesagt hat, mein Gott, das ist ja ein Wahnsinnsgeschädigter. Aber natürlich hast du mehr mit Beschuldigten zu tun, weil sonst wärst du pleite. Ist das so, ja? Ja, also muss man einfach so sehen. Ich liebe die Folge. Das Opfer hat ja im Prinzip zwar einen Rechten, Anwalt zu nehmen, aber muss es auch selber bezahlen. Es gibt Fälle, da kriegt auch das Opfer einen Anwalt gestellt, also zum Beispiel gerade Sexualdelikte, Vergewaltigungen. Angehörige von Tötungsdelikten kriegen auch Anwälte gestellt auf Staatskosten. Das wird dann vom Beschuldigten am Ende bezahlt, wenn er verurteilt wird oder der Steuerzahler trägt, wenn er freigesprochen wird. Aber im Standardverfahren, also wenn du jetzt auf der Straße geschlagen wirst und kommst zu mir, dann muss ich dir den normalen Preis abnehmen. Ja, klar. Und dann sagst du natürlich, Moment mal, ich bin gerade geschlagen worden, warum muss ich jetzt einen Anwalt bezahlen? Deshalb gibt es halt auch ganz viele Opfer, die das gar nicht machen. Verständlich. Dann muss ich ja jetzt noch 2000 Euro dafür bezahlen, dass ich einen Anwalt nehme. Und am Ende, was holt der Anwalt für mich raus? Der wird verurteilt. Glückwunsch. Wird er wahrscheinlich auch ohne Anwalt. Also es macht wirklich Sinn im Sexualdelikt. Da macht es einfach Sinn. Es macht Sinn, auch bei häuslicher Gewalt, weil das ganz oft so Konstellationen sind, wo die Opfer, egal ob männlich oder weiblich, das ist jetzt oder divers, die einfach in einer völligen unterlegenen Situation sind und gar nichts machen können ohne Anwalt. Und in den Tötungsdelikten, es ist so eine Art, ich glaube, dass die Hinterbliebenen immer so ein bisschen denken, dann sind sie auch besser vertreten. Dass sie wissen, was passiert in diesem Verfahren, weil du möchtest, glaube ich, nicht hören, wie der Obduzent erklärt, wie dein Kind getötet wird. Dann setzt man halt einen Anwalt rein, aber um überhaupt mitzubekommen, was da passiert. Und das macht auch Sinn. In letzter Zeit sind die Opferrechte ja auch gestärkt worden. Auch das macht Sinn. Aber trotz allem ist unser Strafrecht ja doch eben bezogen auf Beschuldigte. Du wirst ganz gebannt zu. Ich sehe deine Augen und du bist so richtig. Ich bin richtig fasziniert von dem Ganzen. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, weil ich die ganze Zeit denke, red doch einfach weiter. Es ist super spannend. Ich frage mich, wie ist es so? Oft hast du ja bestimmt auch Fälle, wo du sagst, ja, ist es dir suspekt bei der Geschichte, die derjenige dann erzählt, dass du sagst von wegen, ich bin nicht immer überzeugt unbedingt von deiner Unschuld. Wie ist da für dich so ein Zwiespalt, der da irgendwie entsteht? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Die Standardfrage, wie kannst du nur? Wie kannst du jemanden vertreten, der schuldig ist? Naja, das... War das die Frage? Ja, ja, ja. Ein bisschen schon. Das kriegst du ja jeden Tag. Also egal, wo du bist, auf einer Party oder in der Kneipe oder was auch immer, kommt immer, wenn die Frage, was machst du beruflich? Und ich sage Strafverteidigung. Was? Wie geht das denn? Wie kommst du denn damit klar, dass du da so einen Mörder vertreten kannst? Ich sage dann immer erstens, ich vertrete nicht die Tat, sondern den Täter. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Jeder Täter hat eine Mutter, einen Vater, Geschwister, eine Frau. Da hängt ganz viel dran. Jeder Fall hat eine Tiefe, die du gar nicht siehst. Ja, wir haben ja immer ganz viel, wo die Presse dann irgendwas schreibt. Dann denkt Otto Normalbürger draußen, ah, hängt ihn. Und am Ende sieht es ganz anders aus. So. Und dieses Strafverfahren sieht nun mal vor, dass du ein Recht hast auf eine faire Verteidigung. Und so objektiv und so gut unser System in Deutschland ist, auch die Polizei macht Fehler, die Staatsanwaltschaft macht Fehler und auch Richter machen Fehler. Und manchmal guckst du gar nicht so drauf. Ich habe gerade eine Akte auf dem Tisch, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehe. Da haben sich bislang alle geirrt. Alle. Krass. Und ich denke mir so, warum guckt ihr nicht auf Blatt 10? Da ist es doch ganz anders. Und dann schreibe ich das und dann ruft mich der Staatsanwalt an und sagt, oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ich sage, ja, wenn ich es jetzt nicht gesehen hätte, wäre der verurteilt worden. So ist jetzt das Verfahren eingestellt, weil da war gar nichts. Da waren wirklich komplette Sachen schiefgelaufen. Oder mein Lieblingsbeispiel ist mein eigentlich erster krasser Fall. Ich wollte auch nicht Strafverteidigung machen. Fangen wir mal anders an. Ich habe mein Referendariat beim Strafrichter gemacht und fand damals so, die Strafen sind mir viel zu gering. Da muss mehr drauf gehauen werden. Ich will, dass die alle weg sind. So ein bisschen diese Meinung hatte ich auch. Und dann war ich fertig und dann gab es gerade keine Stellen für Richter. Und dann kam der Vater von einer Freundin von mir, der war früher Oberstaatsanwalt und war selber Anwalt und hat gesagt, was willst du denn in dieses System gehen? Komm mal zu uns, machst du Strafverteidigung? Und ich so, hä? Verteidigung? Nee, das will ich nicht. Das hat alles seine Berechtigung. Das wirst du sehen. Mach das mal. So, und dann kannte der wirklich alle beim Gericht und dann sind wir rumgelaufen. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt hier unsere junge Kollegin, wir machen jetzt Strafverteidigung. Und dann bekam ich in einem ersten Monat meiner Zulassung zig Beiordnungen. Eine davon war eine Sache, da rief der Richter an und sagt, ja, passen Sie mal auf, wir haben in drei Wochen Verhandlungen. Das darf man kaum sagen, aber na gut. Er hat das so am Telefon bezeichnet, dass ich sofort wusste, worum es ging, nämlich sexueller Missbrauch eines Kindes. Dann habe ich gedacht, will ich das verteidigen? Sagt er, egal, das ist ganz easy, der ist schon mal verurteilt worden, das ist ein Selbstläufer, da gibt es Videos, aber wir brauchen einen Anwalt. Wir sagten, na gut, dann mache ich das so. Und dann bin ich den besuchen gegangen, der saß schon in Haft und dann kam da so ein Mann an, ganz zurückhaltend und sagt, oh, Sie werden mir das jetzt nicht glauben, aber ich bin das Opfer von sämtlichen Fehlurteilen, die es gibt. Ich mache es jetzt mal kurz. Alles war anders als in der Akte. Dieses Video war inszeniert von diesem Jungen, die hatten ein Verhältnis. Dieser Junge hatte Kinderlähmung, deshalb sah er aus, wie er aussah, nämlich ganz klein. Und wir haben, also wir, die Verteidigung, haben uns wirklich Mühe gemacht. Wir haben die Videos analysiert, was zuerst da war, Bild oder Musik im Hintergrund, sodass wir feststellen konnten, wann ist das überhaupt aufgenommen worden, dieses Bild. Also da lief so ein Song von Roxette, der kam, ich glaube, weiß ich nicht, 93 raus. Also war klar, das Ding konnte nicht vor 93 aufgenommen worden sein, weil die Musik lief im Hintergrund. Dann haben wir die Standesämter angeschrieben mit dem phonetischen Namen dieses Jungen. Wir haben dann den Vater aufgespürt. Also es war wirklich alles anders. Der wäre zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden und am Ende ist er freigesprochen worden. Und da denke ich mir, okay, das kann nicht sein, egal, was da für ein Delikt im Vordergrund steht. Und wenn du das Video, das hat sich auch nicht mal irgendjemand angeguckt, ja, da hat sich keiner die Mühe gemacht. Ich habe mir das angeguckt und ich weiß, mein damaliger Freund hat immer gesagt, spinnst du, was machst du da? Sag, na, ich gucke mir das an, guck bitte nicht hin, weil das ist meine Sachen. Sag, ja, aber du kannst ja doch nicht. Doch, kann ich, ich muss. Das war einfach so ein Ding, wo ich danach gesagt habe, okay, es gibt eben Sachen, die laufen anders, als es laufen sollte. Da konnte vielleicht gar keiner was für. Aber insofern macht es auch einen Sinn, dass es Verteidiger gibt, egal, wie schuldig oder nicht schuldig, ja. Klingt halt eigentlich wie eine richtig krasse Ermittlungsarbeit seitens der Polizei, also die du da gemacht hast. Habe ich, ja. Aber die Mühe musst du dir noch erstmal machen. Und da kommt dann wieder dieses Pflichtverteidiger. Jeder normale Pflichtverteidiger hat gesagt, mache ich nicht. Das Arbeit kriege ich ja kaum Geld für. Warum? Ist ein Selbstläufer. Aber ich war halt jung, dachte, oh gut, dann mache ich das jetzt mal. Und war ja dann am Ende zurecht. Deshalb kann ich nur an alle Pflichtverteidiger dieser Erde appellieren. Macht euren Job genauso, als würdet ihr Geld bekommen, weil da steht Menschenleben hinter. Ich glaube halt, das ist das Ding, wenn du so ein, guck mal, direkt am Anfang deiner Karriere so einen Fall hast, der dir natürlich, also es ist ja eigentlich auch ein Glückstreffer tatsächlich dann, der dir gar nicht erst die Möglichkeit lässt, abgestumpft zu sein, so von Anfang an zu sagen, oh, wieder eine Pflichtverteidigung, wieder dies, wieder das. Ich bin jetzt eine junge Anwältin und ich kriege irgendwie nur so Selbstläufer, wie du es selbst gesagt hast, oder irgendwelche Pflichtverteidigungen jetzt aufgedrückt, sondern du hast da einen Fall. Und es ist direkt, es ist ja ein Riesenerfolg für dich dann direkt am Anfang gewesen, oder? Ja. Naja, muss man doch auch mal so selbst loben, dann kannst du das ja ruhig mal so sagen. Na klar, aber das ist wieder eine Frage der Betrachtung, weil zum Beispiel die Zuschauer fanden das gar nicht witzig. Die sind dann raus und es ist so, ah doch, Gemausche, die Verteidigung wurde doch bezahlt, so nach dem Motto. Also, als wenn es nicht sein kann, dass vermeintliche Beweise dann doch nicht so sind, wie sie sind, ja. Das ist wirklich, die öffentliche Meinung spielt da eine unglaubliche Rolle, das darf man nicht vergessen. Und Psychologie ist im Strafrecht auch unglaublich wichtig. Also, das ist jetzt kein Spaß, aber wenn der Richter morgens sich mit seinem Schwiegersohn gestritten hat und du siehst als Angeklagter aus wie der Schwiegersohn, dann hast du schon mal schlechte Karten. Das ist so. Ja, das glaube ich. Oder auch, wie du, ich meine, es gibt ja verschiedene Arten zu verteidigen. Du kannst gleich mit 17 Anträgen in ein Gericht kommen, du kannst versuchen, erst mal freundlich zu sein. Das sind ja alles Sachen, die da reinspielen, ohne jetzt werten zu wollen, was richtig und was falsch ist. Das musst du auch mit Fingerspitzen empfinden. Also, du kannst nicht immer freundlich verteidigen. Manchmal musst du dann auch ein Schwert ziehen und sagen, nicht mit mir. Manchmal sollte man vielleicht versuchen, das freundlich zu machen, weil du weißt, du hast eh schlechte Karten. Und je mehr ich hier drauf haue, umso mehr trifft es den Mandanten. Also, es ist schon sehr vielfältig. Also, ich liebe meinen Job. Ich hoffe, man hört das. Man hört das absolut. Ich bin hier auch komplett begeistert. Ich auch, ich finde es nur geil. Ich mache das auch wirklich gerne. Und ich finde auch wirklich, jeder hat halt dieses Anrecht, jemanden zu haben, der guckt, ob da alles richtig gelaufen ist. Es sind ja auch so, gerade was du vorhin meintest, die Strategie, die du jetzt irgendwie dann vor Gericht aufhörst, das sind ja auch alles Sachen, also ich gehe jetzt davon aus, dass du das ja gerade nicht unbedingt erstmal im Studium vermittelt bekommst, was ja eher nur durch Erfahrungen dann kommt. Und am Anfang ist ja wirklich so, du kommst da an, bist voll motiviert, nimm alle erst einen Gerichtswahl und willst irgendwas machen. Also, es ist ja wirklich dieser ganze Prozess, der da irgendwo mal hinter steht, was ich so faszinierend gerade finde. Ich glaube, das ist so generell das Problem in Deutschland. Du kannst hier manche Sachen nur machen, wie zum Beispiel auch Medizin studieren, wenn du ein Numerus Clausus von 0,8 im besten Fall hast. Und da musst du aber noch 40 Tests machen und 48 Praktika am besten im Voraus. Eigentlich musst du schon in eine Ärztefamilie reingeboren sein und schon mal eine Operation auf einem Herzen gemacht haben, damit du direkt ins Medizinstudium kommst, wenn du von 0,8 abweichst, wenn du nur 1,0 hast als Abi-Durchschnitt. Und ich denke mir manchmal so, ich kenne so viele Ärztinnen, die richtige Idioten sind, wo du dir denkst, Sozialkompetenz minus 12, fachlich gut, ich bin jetzt keine Ärztin, aber wenn jetzt mein Arzt der beste Arzt der Welt ist, ist er wirklich? Wenn der mir dann sagt, was haben die denn da gemacht und es auf einmal auch dann besser wird, also wenn da eine ordentliche Behandlung da ist und wenn sich jemand vor allen Dingen auch sozial um dich kümmert. Also wenn du nicht das Gefühl hast, du sitzt da, gerade bei uns, Markus, jetzt als Privatpatienten, wir sind ja die beliebtesten PatientInnen, also weißt du, was ich meine, wo man das Gefühl hat, so ja und was, ja klar, schieb mich noch da irgendwo rein und spritz mir noch das, weil das brauche ich jetzt, weißt du so? Ich hatte gerade vor ein paar Tagen wieder das Gespräch, dass du da wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr auf einen Termin wartest und wenn du irgendwo privat oder sowas bist, ja, bei jedem Arzt so, haben sie morgen Zeit? Ja, das System ist total ungerecht. Aber das meine ich und ich glaube, es ist wahrscheinlich noch viel mehr richtig gute Ärzte, Ärztinnen geben würde, wenn dieser numerus clausus nicht da wäre, siehe mich. Aber das ist ja bei Jura genauso, auch die Einstellungsvoraussetzungen für einen Richter, ich meine, die sind ja wirklich hoch, du brauchst, glaube ich, zwei Prädikatsexamina, die kriegt man nicht einfach so. Das ist schon, entweder bist du wirklich, das heißt, du musst schon zu dem Besten der Besten gehören. Es gibt sicherlich welche, die wirklich ein Brain sind und alles können, aber es gibt auch tolle Juristen, die ihn ausreichend machen. Ja, genau. Das hat nämlich gar nichts damit zu tun. Wenn du einen schlechten Tag hast oder, keine Ahnung, ich meine, vielleicht ist Michael Schumacher auch mal durch die Fahrprüfung gefallen, ja, trotzdem war er einer der besten Rennfahrer der Welt. Ich weiß es nicht, aber als Beispiel. Ja, klar. Traurig. Na, Null, das hast du in unserem Job auch, Markus, also hast du irgendwie die sehr motivierten StudentInnen bei uns, die da irgendwie mit einem 1-0-er rausgehen wollen und auch irgendwie 15 Punkte schreiben und dann unterhältst du dich aber mit denen und dann denkst du nur, naja, bin mal gespannt, wie du mit den BürgerInnen draußen sprechen möchtest, weil soziale Kompetenz ist da jetzt nicht so weit ausgeprägt. Ich finde es halt wirklich in diesem System schade, dass Leute, die wirklich Interesse an einem Gebiet haben, das verwehrt wird. Ja, total. So ist es wirklich, meine Schwester konnte auch nie Medizin studieren, war super in allem, hat noch einen Rettungssani gemacht, eine Krankenpflege und weiß ich was, ewig hoch, aber hat es nie über den Zeitraum lang geschafft, halt den entsprechenden NC zu bekommen, wo du wirklich dachtest, so, die kannst du was fragen, so, die hat einfach die Antwort dafür, aber hat einfach immer eine Verwehrung gehabt. Es ist halt, und deswegen, es wird aber dann auch wieder eine ganz andere Richtung dann nehmen können und gerade, wenn jemand noch mit Leidenschaft oder irgendwas dann dabei ist. Ach, bei Jura, wie wichtig, ne? Ja, eben, da will ich ja dann hin, wenn jemand da voll im Thema drin ist und dann kriegst du irgendwas verwehrt. Ja, ich finde gerade Strafrecht, du hast halt so viel diese ganzen Aspekte, die ja nicht nur Jura sind. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, mache, keine Ahnung, ich analysiere den Vertrag zwischen zwei Energiekonzernen, dann muss ich schon Ahnung haben, dann muss ich die Sätze kennen, dann muss ich Jura kennen, ich muss das alles kennen, das verstehe ich. Da spielt jetzt Psychologie oder Menschenkenntnis oder was auch immer keine Rolle, aber du hast halt im Strafverfahren so viele Sachen. Also einfach, meine, ja, wir haben Sachverständige, das ist alles richtig, aber wenn du nicht verstehst, was der Sachverständige dir erklärt, weil du noch nie in deinem Leben damit irgendwo konfrontiert wurdest oder, ich weiß, ich hatte mal ein Verfahren, da ging es um Aktienbetrug. Der damalige Richter ist jetzt schon tot, deshalb kann ich ihm da auch, glaube ich, nicht mehr schaden. Nein, ich mochte den sehr gerne, ich nenne auch keinen Namen, aber der saß dann da oben irgendwann und hat gesagt, was, was reden die denn da alle jetzt? Put, Call, was? Verstehe ich nicht. Wo mein Mandant zu mir sagte, Entschuldigung, will der gerade über das Aktiengesetz richten? Der weiß nicht mal, was ich für einen Job mache und da habe ich gedacht, ja, hast du recht, er hat überhaupt keine Ahnung von dem, was du für einen Job machst, aber er richtet über dich. Und das ist natürlich, mein, kein Staatsanwalt ist total fit im Aktienrecht, ja, oder im Gesellschaftsrecht oder im Steuerrecht, aber am Ende entscheiden sie über sowas und das finde ich schwierig. Also man sollte schon so ein bisschen Zusatzsachen entweder machen oder man sollte halt sagen, okay, wenn du Staatsanwalt in der Wirtschaftsabteilung, nein, jetzt schlachten mich alle Staatsanwälte in der Wirtschaftsabteilung, ich nehme die mal raus, Entschuldigung. Keine Ahnung, wenn ich jetzt, selbst wenn ich als Anwalt Steuerstrafrecht mache, dann würde ich empfehlen, dass man auch im Steuerstrafrecht sich auskennt, ja, nicht einfach sagt, okay, da steht Strafrecht hinter, also mache ich es. Das ist zum Beispiel so eine Materie, die mache ich nicht gern und wenn ich es machen soll, dann sage ich dem Mandanten, okay, komm, aber wir müssen dann einen Steuerberater dazu holen oder irgendjemand, der das aufbröselt, weil das kann ich einfach nicht. Und dann musst du auch die Größe haben zu sagen, ich kann das nicht. Dann hast du weniger Verdienst, so ist es im Leben, aber der Mensch ist ansonsten halt schlecht beraten. Aber auch da kannst du Glück und Pech haben, ne? Also ich habe früher immer gedacht, Ärzte sind Götter in weiß, die wissen alles, aber seit ich Anwalt bin, weiß ich, nee, die haben genauso wenig Ahnung wie ich. Ja, wahrscheinlich, meine ich. Es gibt Fachidioten, es gibt Leute, die können sich super Dinge anlesen, aber können sie nicht umsetzen und das in jedem Gebiet. Nicht jeder Lehrer ist, wie oft habe ich Lehrer in meinem alten Leben, in meinem alten Berufsleben, habe ich Sozialarbeiterin in der Schule gemacht, wie oft habe ich gesehen, wie Lehrer nochmal was gegoogelt haben und sowas. Ja, aber du musst wissen, wo es steht. Ich wollte gerade sagen, du musst immer wissen, wo alles steht. Das ist auch so, ich glaube, die eigene Anspruchshaltung da auch runterzustellen, was zumindestens, also ich finde, so ein Grundfachwissen sollte da sein. Ich finde auch, dass wir als Polizei schon wissen sollten, wenn jemand gerade jemandem was wegnimmt, ob das jetzt ein Diebstahl ist oder nicht, da sollten wir vielleicht schon. Ja, gleich wegen Tötung dran. Tötung zu legt, Leute. Also deswegen, ja, das ist ja bei uns auch wichtig, dass wir irgendwie zumindest erstmal, bevor wir es weiterschicken, irgendwo irgendeine Grundeinordnung nochmal schaffen. Ich finde echt, am Ende des Tages macht es immer die eigene Motivation aus und auch wie du mit dem ganzen Paket, was da auf dich zukommt, umgehst. Als Anwältin, als Polizistin, als Arzt, Ärztin, ist ja dann egal. Als Zählerin, ja, ich, Nicole, oh Gott, ich bin völlig durch hier. Hast du denn, also vielleicht möchtest du das auch gar nicht sagen, hast du denn so eine bestimmte Taktik, wie du an größere Verfahren rangehst? XY kommt auf dich zu und sagt so, pass auf, ich wurde hier erwischt. In meinem Mercedes lagen ungefähr acht Kilo Koks und noch ein halbes Bein von jemandem, den ich davor umgelebt habe. Und jetzt würde ich gerne, Nicole hat damit angefangen, ich nehme nur den Vibe an. Und der sagt, und ich war das auch. Ja. Und was machen wir jetzt, Frau Bede? Naja, gut, also du hast ja als Angeklagter oder Beschuldigter das Recht zu lügen. Das habe ich nicht. Ich darf als Verteidiger nicht lügen. Das heißt, es ist nicht immer schlau, sich erzählen zu lassen, was da passiert ist. Das muss man sich gut überlegen. Das ist unterschiedlich. Manchmal macht es Sinn, nur nach Aktenlage zu verteidigen. Manchmal macht es auch Sinn zu sagen, erzähl mal, wie war es? Aber wenn ich es weiß und es glaube, dann muss ich natürlich vorsichtiger sein. Weil dann kann ich zum Beispiel nicht mehr sagen, mein Mandant war es nicht. Weil dann mache ich mich strafbar. Ja, also Strafverteidigung ist auch immer so latent ein Bein selber auf der falschen Seite. Weil man natürlich ganz leicht Grenzen überschreiten kann, theoretisch. Da muss man echt aufpassen. Das sage ich auch jungen Kollegen immer. Vorsicht, ihr müsst aufpassen. Ihr dürft euch auch nicht zu weit nach vorne begeben. Die Mandanten möchten das immer ganz gerne. Ja, so, wir sind Buddies und... Mach doch mal oder nimm mal den Brief mit. Nein, man muss sich da abgrenzen vom Mandanten. Und man darf halt auch keine Straftaten begehen. Ist jedenfalls nicht unbedingt schlau. Deshalb, so viel Geld haben die gar nicht, dass ich den Rest meines Lebens davon leben kann. Dann brauche ich auch noch ein Land, wo ich leben kann. Das ist auch mittlerweile nicht mehr so richtig vielfältig. Insofern, und eure Personenfahnder da, wie heißen sie, die Zielfahnder, die sind ganz gut. Ja, das muss man mal so sehen. Guck mal, auch mal was Nettes hier zu tun. Oder wie ich gerade gehört habe, ihr hattet ja ein rumänischer Kollege, der jetzt für die EM hier ist, einen Taschendieb auf der Straße gesehen und der wurde dann wohl verhaftet. Was ich auch ganz witzig finde, der Zufall alleine. Da kommt jemand aus Rumänien, erkennt einen Dieb aus Rumänien und der wird dann hier verhaftet. Also sowas passiert schon mal. Ja, nein, aber zurück dazu, eine Taktik, das ist fallbezogen. Okay. Aber du willst nicht immer alles wissen, sagst ab einer gewissen Zeit gleich, sei mal ruhig. Bevor du jetzt hier weiterredest, sei einfach lieber ruhig. Naja, das ist, ich sage ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn du jetzt, kommt auch darauf an, wie das Mandat zu dir kommt. Wenn jetzt zum Beispiel mal unser Haftrichter ruft an und sagt, haben Sie Zeit, ich habe ein Haftbefehl zu verkünden. Dann ist das jemand, der keinen Anwalt hat, was aber beim Haftbefehl zur Verkündung muss ein Anwalt dabei sein und dann siehst du den ja wirklich nur kurz und du siehst diesen Haftbefehl. Es wäre jetzt tödlich, den reden zu lassen, weil ich habe nur den Haftbefehl, ich weiß gar nichts. Also sage ich erst mal, wir sagen gar nichts. Und dann bin ich zumindest so, dass ich mir erst die Akte hole und gucke ich mir das an und dann entscheide ich, ob ich von dem was wissen will oder ob ich nichts wissen will. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wenn aber jetzt zum Beispiel das, was du gesagt hast, da kommt einer und sagt, weil das unwahrscheinlich ist, dass der noch auf freiem Fuß ist mit drei Kilo unten im Bein. Aber es wäre dann schlechte Polizeiarbeit. Aber sagen wir mal so, er ist noch nicht erwischt worden. Zum Beispiel, es gibt ja Fälle, wo jemand kommt und sagt, ich habe gestern jemanden umgebracht. Was machen wir denn jetzt? Dann solltest du als Anwalt nicht sagen, wir verstecken uns jetzt. Bist du da entspannt? Ist sowas schon mal passiert? Na klar, alles schon passiert. Und dann, wie sehe ich? Ich hatte auch schon mal einen Mandanten, der hat mir eine Knarre auf den Tisch gelegt. Und ich gesagt habe, ey, schönen guten Tag. Was soll denn das jetzt hier? Ja, die müssen sie jetzt hier behalten, weil ich kann die doch nicht mit mir rumtragen. Und ich sage, ich soll die jetzt hier bei dir im Büro, geht es noch? Also da gibt es schon die kuriosesten Geschichten, na klar. Wie entspannt du da bist? Er kostet einen guten Tag. Ich möchte gerne, dass er meine Anwältin ist. So bevor man sich vorgestellt hat. Naja, das macht dann die Routine, dass du da entspannt bist. Wenn ich da angefangen hätte, wäre ich wahrscheinlich gestorben oder hätte gleich zehn Kollegen angerufen. Aber auch das entscheidet man, je nachdem. Also das ist wirklich so ein Fingerspitzen-Ding. Ich kann dir da keine Leitlinie geben. So macht man das. Wie ist es denn, wenn sowas reinkommt? Da sagst du erstmal, ja erstmal sollten wir vielleicht mal, weiß ich nicht, erstmal muss bei der Polizei mal eine Anzeige gefertigt werden oder wenn da überhaupt noch ein... Nein, ich meine, da ist noch nichts bekannt. Niemand hat sich zu irgendeinem Mord bekannt. Der ist jetzt primär direkt erstmal zu dir gekommen. Naja gut, wenn da einer kommt und sagt, ich habe gestern meine Frau getötet, dann ist relativ sicher, dass die irgendwann gefunden wird. Kannst du dir überlegen... Die Frau jetzt. Ja, die Tote. So, dann kannst du dir jetzt überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Täter keine Spuren an der Leiche hinterlassen hat. Und relativ unwahrscheinlich. Also bist du natürlich schon dabei und sagst, wir machen das jetzt proaktiv. Natürlich gehst du mit so einem Delikt zu 99% trotzdem ins Gefängnis, auch wenn du dich stellst. Aber du hast vielleicht später bessere Möglichkeiten. Du weißt ja auch nicht, was das jetzt war. War das eine Tötung im Affekt? War das tatsächlich irgendwas Geplantes? Klar erfragst du das im Vorfeld, aber dann würde ich sagen, ist schon der erste Weg. Wir gehen jetzt und stellen uns. Das macht schon Sinn. Der kann jetzt nicht von mir erwarten. Und wenn er von mir erwartet, dass ich ihm erkläre, in welchem Land er untertauen soll, dann sage ich meinem Freund, da bist du bei mir falsch. Vorne ist die Tür. Also so verteidige ich nicht. Vielleicht gibt es Kollegen, die sagen, Tansania, Ecuador. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein Land. Takatuka-Land liefert bestimmt nicht aus. Aber so einen Kollegen kenne ich eigentlich nicht. Also ich glaube, alle Kollegen, die ich kenne, machen ihren Job schon ordentlich und sauber. Und dann dendierst du schon dazu zu sagen, ich gehe jetzt zur Polizei und dann stellst du dich. Und wenn du es dann sinnvoll machst, gehst du auch gleich zum LKA1 und sagst, einen schönen guten Tag. Wir haben da was für die Bereitschaft. Das ist auch so abstrus gerade alles. Wieso? Was ist abstrus? Also allein schon, wie jemand dann zu dir kommt und so sagt, ja, hallo, ich habe hier einen Mordbegriff. Genau, wenn du da im Dienst sitzt, so völlig unerwartet, klopft es unten so an der Tür und sagst, hallo. Ich bin mit meiner Anwältin her. Ich würde gerne anzeigen, dass ich jetzt an jemanden umgelegt habe. Jetzt nach dem, was du alles erzählt hast, stelle ich die Frage trotzdem. Gibt es etwas, das du gar nicht verteidigst vor Gericht? Gibt es ein Delikt, wo du sagst, ne, das mache ich auf gar keinen Fall? Grundsätzlich eigentlich nicht. Was ich jetzt, ich überlege gerade, ob ich es schon mal, einmal habe ich es verteidigt. Das hatte aber damit zu tun, dass ich den Beschuldigten kannte und ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, dass dieser Vorwurf zutrifft. Aber Terrorismus mache ich eigentlich nicht. Warum, kann ich es gar nicht erzählen, aber es ist jetzt auch nicht so dazu gekommen und es gibt so ein paar Arten des Terrorismus, da denke ich mir, es ist so staatsfeindlich und so gegen uns alle, dass ich mir denke, warum soll ich dich verteidigen? Aber das ist jetzt mehr menschlich als sachlich, ja? Also ich finde ich gar nicht, jetzt hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, so kommt es mit Terrorismus um die Ecke. Ja, aber klar, ja, muss ja verteidigt werden. Naja, klar muss es verteidigt werden, aber dann weiß ich nicht. Also kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht vor unbedingt, dass wirklich jemand, der es ernst meint und jetzt, weiß ich nicht, als Beispiel alle Frauen dieser Erde schrecklich findet und einen Bombenanschlag auf, keine Ahnung, eine Frauenorganisation begeht und dann eine Fahne hisst im Namen des Terrors gegen Frauen, der wird auch nicht zu mir kommen. Ja, also insofern stellt sich wahrscheinlich die Frage gar nicht, aber ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum ich da so... Nee, da macht man sich auch gar nicht für rechtfertig, finde ich völlig legitim, dass man das nicht... Also es wird jetzt sicherlich auch Kollegen geben, die das hören und sagen, oh, die ist ein frohes Idee drauf, aber das ist jetzt rein menschlich, ja? Das hat nichts mit Objektivität oder sonst was zu tun, weil ich trotz allem wirklich überzeugt bin, dass jeder Mensch, der straffällig wird, ein Recht auf ein faires Verfahren hat. Und das ist völlig egal, weil wir uns jetzt natürlich auch sagen können, warum ist der denn zum Terroristen geworden? Ja, weil auch das ist ja immer beeinflusst. Ich meine, wenn du in einer Familie groß wirst, die von Anfang an sagt, alle Deutschen sind Schweine, dann wirst du das auch irgendwann in deiner Doktrin einfach drin haben, weil deine Eltern dich natürlich so lange dahin bringen, dass du es denkst. Und auch der hat vielleicht ein Recht, von dem Gedanken mal abgebracht zu werden oder zu hinterfragen, warum denke ich eigentlich so? Aber trotzdem gibt es dann eben so Sachen, wo du als Person sagst, nö. Aber überhaupt, was mir gerade mal vorhin mit dem Pflichtverteidiger ist, muss man sich dafür noch bereit erklären? Also um erst mal auf diese Gemeinschaftsliste da irgendwo zu kommen? Also es gibt so eine Liste, auch bei der Anwaltskammer, aber ich weiß gar nicht, ob da je einer drauf guckt. Also es gibt Richter, die, wenn sie dich kennen und wissen, dass du ein volles Programm hast, tatsächlich anrufen und sagen, darf ich Ihnen was schicken? Ich habe hier was. Würden Sie die Pflichtverteilung übernehmen? Das gibt es. Aber es gibt auch Beihordnungen, die kriegst du einfach zugeschickt und dann bist du beigeordnet, unterschiedlich. Also wenn du Anwalt bist, bist du... Ja, da musst du nicht zustimmen. Also das gehört auch dazu. Hast du dich schon mal, musst du dich darauf antworten? Hast du dich schon mal selbstverteidigt? Nichts? Natürlich. Ist das klug? Ich habe auch schon mal einen Anwalt gebraucht. Nein, es ist nicht klug, sich selbst zu verteidigen. Nein, nein, nein. Also du kriegst auch als Anwalt manchmal Stress. Also sei es im Straßenverkehr, das geht ja ganz schnell. Und mir wurde auch schon mal vorgeworfen, dass ich was eingebracht hätte ins Gefängnis, weil irgendein Bekannter von einem Mandanten, dem eins reinwirken wollte und meinte, mich da mit reinziehen zu müssen. Da denkst du so, danke fürs Gespräch. Da konnte ich mich natürlich exkulpieren, aber sowas passiert schon mal. Und dann wird man auch als Anwalt zum normalen Menschen und denkt sich, oh Gott, oh Gott, was wollen die jetzt von mir? Und da kommt dann genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man im ersten Moment, wenn die Polizei am Telefon ist und sagt, schönen guten Tag, sind sie die und die? Ihnen wird das und das vorgeworfen, dass du dann überlegst und denkst, was, nein, habe ich gar nicht gemacht? Und dann kommst du in diesen Modus, Moment, stopp, ich bin Anwalt. Stopp, 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 ich weiß es besser, ich weiß es besser, ich weiß es besser. Und dann haben wir das ganz brav gemacht, haben uns die Akte kommen lassen und dann war das echt auch so ein total schräger Fall. Hat sich alles gelöst, aber klar, passiert sowas. Witzigerweise, ich habe schon mal mit Juristinnen gesprochen, aber ich habe die noch nie so wirklich zu ihrem Beruf tatsächlich was gefragt. Ich glaube, wir stellen Nicole gerade so wirklich diese Fragen, hast du dich schon mal selbst verteidigt, würdest du sowas gar nicht machen? Das ist so, Markus, als wenn uns jemand irgendwie so doofe Fragen stellt, wie... Es ist ja aber auch so, es ist so interessant. Ja, voll, aber deswegen, ich merke gerade so, weißt du, man ist ja selber auch immer so, halt nicht genervt, aber man denkt sich, oh, jetzt kommt wieder die Frage. Also, weißt du, weil, als ob du noch nie was Verbotenes gemacht hast als Polizist. Dicke, ich bin 34, also Ende so, ne? Ich mache jetzt auch die Bewegung aus dem Hintergrund. Aber es heißt ja auch nicht, dass du deinen Job schlechter machst, wenn du mal selber was gemacht hast, was dem widerspricht. Ich finde ja eigentlich, das macht dich ja dann auch eigentlich so ein bisschen befähigter. Ich habe einen Mandanten, der saß jahrelang im Knast, der hilft jetzt jungen Männern, keine Straftaten zu begehen. Und der macht das total toll, der geht mit denen in JVA Tegel, der steht davor und sagt, pass auf, da kommst du hin, wenn du das und das machst. Ich habe mein Leben wirklich verkackt damit. Ich habe alles falsch gemacht. Und alleine die Tatsache, dass das keiner sagt, der überhaupt noch nie dieses Ding von innen gesehen hat, ist einfach so beeindruckend. Ja, weil natürlich lasse ich mir lieber was von jemandem sagen, der es schon mal erlebt hat, als von, keine Ahnung, jetzt als Beispiel einem Lehrer, der sagt, du darfst nicht das und das machen. Ja, klar. Quatsch weiter. Ja, voll. Und das finde ich auch immer ganz witzig, wenn so zum Beispiel Jugendliche bei uns sitzen oder dann die Eltern sitzen und sagen, sagen sie denen mal, dass man das nicht machen darf. Und ich mir denke, boah, Mann, ist das jetzt erzieherisch wertvoll. Es gibt Dinge, die macht man einfach. Die haben wir alle gemacht. Wo ich mir so denke, ey, hast du noch nie geklaut? Oder hast du noch nie in deinem Leben irgendwie irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung ist? Glückwunsch. Aber langweilige Jugend. Also ich glaube, ich wäre definitiv im Knast gelandet, wenn ich ein Junge geworden wäre. Und wenn man im Straßenverkehr machen könnte, was man darf, dann würde ich heute noch im Knast landen. Du auch vorhin, Markus, also du auch vorhin, als du gesagt hast, jetzt, Markus, aber das muss ich mal verteidigen, als deine Verteidigerin ist, Markus. Einspruch, ey. Du hast alles versucht, damit ich noch meine Currywurst kriege vor der Aufnahme. Du hast wirklich alles versucht. Es gab letztens, hat ein Sachverständiger erzählt, fand ich total witzig, es gibt einen psychiatrischen Test, da testest du so die Aggressionsbereitschaft. Dieser Test ist so mit verschiedenen Fragen, das ist voll lustig, der ist bei Strafverteidigern gemacht worden. Und er sagt, diese kriminelle Energie und diese Aggression, die darüber kam, da war ein Bild, also wie war das, kriege ich das zusammen? Ein Comic, ein Straßenverkehr, irgendeiner nimmt dir die Vorworte oder überfährt dich halb, oder fährt dich über den Fuß, genau, fährt dich über den Fuß. Schreiben Sie, was Sie denken. Und dann kam halt wirklich so Arschlochmixer und was soll das? Entschuldigung, Entschuldigung, alle jene, die zuhören, aber das ist ja das, was du in dem Moment denkst. Und das ist ja menschlich, dass du es aussprichst. Da sitzt ja keiner im Auto und sagt so, okay, ich darf niemanden beleidigen, deshalb sage ich jetzt Entschuldigung, Sie sind mir gerade über den Fuß gefahren. Das tat sehr weh. Ja, und wenn mir dann nachher einer sagt, ja, aber Sie hätten sich anders benehmen müssen, dann denke ich so, ja, okay, wir kommen in der realen Welt. Ich verstehe schon die Ursprünge, wo das gerne manchmal herkommt, aber ich denke dann auch immer irgendwie so, ja, ey, wir sind alle, alle vergreifen sich mal im Ton, alle machen mal irgendwie irgendetwas, was nicht korrekt ist. Ja, und eben aus diesen Fehlern lernt man ja auch eben, dass du es vielleicht dann nicht unbedingt machen solltest. Ja, das sollte man ja auch nicht. Niemandem an den Fuß fahren. Ja. Nee, das sollte man nicht tun. Man sollte auch niemanden beleidigen und schlagen, aber es passieren halt manchmal Dinge, ja, und dann brauchst du halt einen Anwalt und der erklärt dann, warum es passiert ist und dann ist es hoffentlich wieder gut. Für alles Weitere kontaktieren Sie Nicole. Ja, eben. Ja, aber im Fußfahren, ich war selber so dumm und habe mich das Auto selber mir über die Beine fahren lassen. Scheuer, wann hast du das denn gemacht? Na, ich war Kind und ich dachte, naja, man sitzt im Auto, die andere Person, die da mit im Auto war, ich nenne jetzt niemanden, war kurz nicht im Auto und musste was abholen. Ich saß dann alleine kurz im Auto und dachte, naja, hier sind ja schöne Knöpfe und Schalter zum Spielen und man kann ja halt, wenn man so auf halber Höhe am Berg steht, naja, die Kupplung halt einfach mal so, ne, also den Gang rausnehmen, naja, das Auto rollte los und als Kind denkst du natürlich, ich bin high, ne, ich mach die Tür auf, ich halte das Auto auf, so, bin, ja, von der Tür dann einfach umgerissen worden und lag dann unter dem Auto und, ja, das Loch ist immer noch heute da am Zaun. Ja, das hat ja so, ich dachte, irgendwo bei dir im Fuß, das hätte ich auch richtig verdient. Nein, also gefühlt waren es Gummiknochen, das Auto ist ohne Probleme über meine Beine drüber gerollt, es hat höllisch weh getan, weil da überall Steine waren und das war nicht toll, aber, naja, aus Fehlernern. Warmes Häschen. Mein Gott. Ja, selbst Eva auch. Lisa. Hast du auch so, ich finde, du wirkst es jetzt auch so, wir sehen dich ja, unsere ZuhörerInnen sehen dich ja leider nicht, was ich sehr schade finde tatsächlich. Hast du mal das heißt? Nee, nee, weil du sehr, ich finde, du bist eine sehr lässige und tough wirkende Frau und das meine ich absolut positiv, das finde ich ganz großartig. Ich kann mir gut vorstellen, dass du extrem gut bei auch so, jetzt nennen wir sie mal, bei Leuten ankommst. Du hast doch bestimmt auch mit Menschen, also Verbrechern oder Beschuldigten zu tun, die eher jetzt so nicht so die zierlichen kleinen Mäuschen sind, oder? Sondern die, oder? Hast du im Bereich OK schon mal was gemacht? Okay, alles klar. Wenn du willst, sprechen wir da nicht drüber. Nein, klar, natürlich. Ja, wir nennen keine Namen. Hast du ein Draht zu denen bestimmt, oder? Ich denke schon. Ja, das glaube ich auch. Ja, mit dem einen oder anderen ist man auch tatsächlich dann irgendwann, also ich habe einen Ex-Mandanten, mit dem bin ich mittlerweile nicht Usus, aber mit dem bin ich echt befreundet. Ja. Den habe ich auch sehr gern und das könntest du ja gar nicht, wenn du nicht trotzdem ein Draht hast, weil der ist jetzt nicht studiert und läuft den ganzen Tag rum und drückt sich gewählt aus, sondern er ist halt einer von den harten Jungs von früher, aber er ist ein total toller Typ und der hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, ich meine Werbung nebenbei. Nein, aber da kommt es sogar... Ja, ich würde das sofort, sofort machen. Also ich stehe jetzt nicht vor deiner Intensivität und sage, ich habe mir jetzt einen Mordbeker. Ich hoffe es, Markus. Das hoffe ich auch, weil ihr habt ja noch ein Problem, ihr seid Polizeibeamte, da geht es auch mal ganz schnell um euren Job. Also wenn irgendeiner von uns im Podcast fehlt, dann stehe ich. Ich ermittle nicht, Markus. Ich bin befangen in diesem Fall. Ich werde nicht ermitteln. Hast du vielleicht Lust, weil dieses Wissen, wir planen ja viele Dinge und wir planen ja auch eine größere Runde und ich fände das sehr schön, wenn du Lust hättest, da hinzuzukommen. Und wenn du jetzt nein sagst, ist auch okay, weil dann können wir das auch schneiden. Du, mir macht das ja Spaß. Ich mache das ja auch gerne. Ich habe schon den einen oder anderen Podcast gemacht und finde das ja auch immer cool, wenn man es den Menschen mal rüberbringen kann aus einer anderen Art und Weise. Ja, nee, sehr gerne. Und Weihnachtsspecial, Nicole. Ich wollte gerade sagen, wenn nicht da, dann zum Weihnachtsspecial. Ja, bei Weihnachtsspecial, da gibt es Glühwein. Ja, da gibt es Glühwein. Und danach fahren wir nicht mit dem Auto nach Hause. Nee, der Gruppenwagen, den wir weihnachtlich schmücken, der bleibt stehen dann natürlich. Mit Fußkralle und allem drum und dran. Es bleibt alle stehen. Und da würden wir uns sehr freuen. Markus, ich habe gar keine Fragen mehr, weil ich bin auch völlig überwältigt noch. Und ich habe noch ein paar Fragen, aber die frage ich alle, wenn das Mikrofon aus ist. Nein, also es hat mir privat jetzt, also von meiner Meinung aus, so viel Spaß gemacht, dass du da warst. Also ich bin die ganze Zeit brauchlos dabei, irgendwie zuzuhören. Vielen Dank, aber ihr seid auch wirklich, also ihr macht das ganz toll und ihr seid natürlich ja eigentlich nicht der Prototyp des Polizeibeamten, den man erwartet. Deshalb finde ich das ganz großartig, dass die Polizei sich repräsentieren lässt von Menschen, die eben nicht diesem, wie sage ich es, typischen, uniformierten, ganz straighten Polizeibeamten vorstellen, der immer sich genauso gewählt ausdrückt wie der Anwalt, den sich der normale Bürger vorstellt. Boah, das lassen wir auf jeden Fall drin, Markus, weil das geht runter, wie warme Butter. Vielen lieben Dank, das ist ganz herrlich. Markus, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin wunschlos glücklich. Ist das schön, ich habe die Polizei glücklich gemacht. Passiert selten. Nein, also ich habe jetzt eine Anlaufstelle für alles, was mit dem Leben passieren sollte. Und ja, ich kann nichts ergänzen. Nicole, vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst. Ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne. Und wir sehen uns hoffentlich wieder, hier in diesem Rahmen und noch viel größer. Und wir würden jetzt den Feierabend einläuten, oder Markus? Wir müssen mal eine Glocke oder irgendwas holen, so ein kleines. Markus, seit einem Jahr erzählen wir, was wir nicht alles müssen hier. Du bist doch unsere Masterin auf Geräusche. Du musst immer so klingeln. Nein, stimmt, ich wollte eigentlich noch singen oder sowas. Ja, ja, das lassen wir. Damit verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.